Hey Leute, habt ihr Bock auf Trading Ideen? Sucht ihr nach interessanten Charts, wo Bewegung entstehen könnte? Da habe ich heute drei mitgebracht. Einmal die Airbus, die SAP und die Vonovia. Ich habe mögliche Hebelzertifikate dafür rausgesucht für alle CFD Trader. Da bin ich gerade noch am testen. Ich teste gerade einen CFD Anbieter. Sonst war ich ja eher im Future, im Daytrading unterwegs. Jetzt schaue ich mir in dem Bereich auch etwas an und habe da schon etwas ganz Interessantes meiner Meinung nach gefunden. Dazu aber irgendwann später mehr, wenn ich ausführlich getestet habe. Und jetzt würde ich sagen, abonniert meinen Kanal und kam raus, Glaskugel an! Starten möchte ich mit der Airbus und bevor es losgeht, nochmal bitte der eindringliche Risikohinweis, den ich tatsächlich ernst meine. Denn Trading ist mit hohen Risiken verbunden. Vor allen Dingen der Handel mit CFDs, mit Hebelzertifikaten kann dazu führen, dass eure Position komplett ausradiert wird. Also auf Null fällt. Bitte seid euch dessen bewusst und investiert hier tatsächlich nur, gerade wenn ich Hebelzertifikate vorstelle, so viel, wie ihr tatsächlich verlieren wollt, beziehungsweise bereit seid zu verlieren. Wenn das 100 Euro sind, dann dürft ihr diese Dinger nur für 100 Euro kaufen. Wenn es 300 Euro ist, dann dürft ihr sie nur für 300 Euro kaufen. Ganz wichtige Sache. Airbus! Mensch, tja, kein Flugzeug am Himmel hier über dem Rhein-Main-Gebiet ist richtig strahlenblauer Himmel, wenig Flugverkehr. Und das ist natürlich schlecht für Airbus, das ist schlecht für die Region, gut für die Umwelt. Airbus hängt total in den Seilen. Wir haben diese dynamische Abwärtsbewegung gesehen und kaum Gegenwehr, kaum Käufe. Und wir sehen immer wieder, wenn es zu Käufen kommt, werden die direkt wieder geschickt. Also da sind immer noch Marktteilnehmer, die bei leicht höheren Kursen direkt wieder ihre Papiere aufs Parkett schmeißen. Und das ist insgesamt kein gutes Zeichen. Aktuell haben wir hier noch eine kleine Haltelinie. Die schauen wir uns gleich im Stundenchart noch an. Aber für mich sieht das Ganze nach einer Trendfortsetzung aus. Wenn hier, ich sag mal, die Shorties genug aufgeladen haben auf der Short-Seite, dann dürfte es weiter abwärts gehen. Oder natürlich aber auch, wenn Marktteilnehmer, die die Position haben, wenn die irgendwann sagen, ich will einfach nur noch raus, dann dürfte dieses Unterstützungsniveau brechen. Und das nächste Kursziel liegt im Bereich 39,40 bis 41,80. Hier haben wir einen Verlaufstief aus dem Jahr 2015. Nächste Haltelinie wäre hier im Bereich 35,5. Und jetzt gucken wir uns den Stundenchart an. Und hier sehen wir jetzt die Airbus und da das Unterstützungsniveau 49,50 bis 50,75. Da hatten wir einmal das markante Corona-Tief, das erste Verlaufstief, Ausverkaufstief. Dann nächster Halt und erneut angetestet. Also dreimal die Unterstützung angelaufen. Und je öfter so eine Unterstützung angepickt, angeknabbert wird, desto instabiler wird sie und desto wahrscheinlicher ist, dass die Unterstützung bricht. Und dann haben wir das nächste Kursziel angesprochen, schon hier im Bereich 39,40 bis 41,80. Wer auf Nummer sicher gehen will, nimmt einen Take Profit, ich sage mal knapp drüber, vielleicht bei 42 oder 42,05. Ein erstes negatives Zeichen für die Airbus, also Startschuss für eine Abwärtsbewegung, könnte der Bruch der 52,70 bis 53,30 sein. Spätestens wenn wir hier unter die 49,50 nach unten ausbrechen, sehe ich für die Airbus weiter schwarz und wie gesagt, das erste Ziel könnte zügig angelaufen werden. Ich habe zwei Hebelzertifikate mitgebracht, einmal eins ohne Knockout-Schwelle, die HZ9RZT und mit Knockout-Schwelle, HZ9RXG bei den Hebelzertifikaten mit Knockout-Schwelle. Da habe ich den Stop-Loss, also die Knockout-Barriere etwas weiter weg gewählt, damit ich mir einen Stop-Loss für das Hebelzertifikat tatsächlich berechnen kann. Vorteil ist, gegenüber einem Hebelzertifikat mit Stop-Loss, wenn ich mich dabei nämlich ausstoppen lasse, also bei Hebelzertifikaten ohne Stop-Loss, bei den Turbos, wenn ich mich dabei ausstoppen lasse, also Knockout-Schwelle dort setze, wo mein Stop-Loss ist, dann verliere ich immer das mit eingerechneter Aufgeld. Und ja, das, ich sage mal, es ist Geschmackssache, wie man es machen möchte. Ich habe einfach mal zwei Hebelzertifikate mit vorgestellt und wenn man so ein Zertifikat mit Knockout-Schwelle nimmt, dann kann man sich entsprechend seinen Stop-Loss berechnen für das Hebelzertifikat, gibt dann eine Stop-Order mit an der Börse auf und verliert damit eben nicht das Aufgeld. Die nächste Trading-Idee ist die SAP und die ist zuletzt gut gelaufen. Von 82 Roundabout im Corona-Tief hat sie sich ordentlich erholt und dann hatten wir hier eine markante Hürde. 103 bis 105, beziehungsweise gucken wir mal weiter nach links. Diese Marke wurde in der Vergangenheit schon immer mal wieder angelaufen und hat für Bewegungen in die eine und andere Richtung gesorgt. Hier, Widerstand, rums nach unten gelaufen, dann Gap nach oben, Gap ist Unterstützungsniveau. Unterstützung, Unterstützung, hier, brumm, drunter gelaufen. Widerstand, Widerstand. Widerstand, die Marke wurde zurückerobert und ist jetzt Unterstützung, Unterstützung auf diesem Niveau. Das ist Kaufniveau. Wo ist das nächste Ziel im Bereich 115 bis 118? Denn dort wartet der nächste Widerstand und auch da gab es immer mal wieder in der Vergangenheit Berührungspunkte. Das ist zuletzt auch hier das kleine Verlaufshoch. In der SAP schauen wir uns natürlich auch mal noch den Stundenchart an. Und hier sehen wir den Stundenchart. Da sehen wir so leicht fallende Verlaufstiefs am Unterstützungsniveau. Das ist Kaufniveau in meinen Augen. Natürlich rein aus charttechnischer Sicht. Hier nochmal der Risikohinweis. Vergesst es nicht, wenn ihr Position eingeht, das kann auch schief gehen. Denn natürlich kann die Unterstützung auch wieder unterschritten werden. Ich sage mal, bei Kursen unter 102 trübt sich das Bild auf jeden Fall wieder ein. Vom aktuellen Niveau Unterstützung, nächstes Ziel 115 bis 118 Euro. Und wenn wir hier diese leicht fallende Widerstandsmarke nach oben überschreiten, dann sollte man auch den Stop-Loss zügig auf Break-Even nachziehen und schauen, entweder direkte Gewinnmitnahme oder schauen, was hier am Widerstandsniveau passiert. Ob wir vielleicht noch ein bisschen mehr Saft aus der... Na, Zitrone wollen wir es mal nicht sagen. Noch mal einfach ein bisschen mehr Profit rausziehen können. Dann habe ich als nächstes noch die Vonovia mitgebracht, als mögliche Trading-Idee. Die Vonovia habe ich jetzt schon ein bisschen länger betrachtet. Denn hier, gucken wir mal, Blick zurück nach links. Unterstützungsniveau 45,5 bis 46,40. Das war mal Brams. Ausbruch nach unten. Widerstand, 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 Widerstand. Und ich habe es mir hier schon angeschaut, beziehungsweise auf der Short-Seite mir angeguckt. Und dann ist aber Folgendes passiert. Wir haben des Öfteren an dieser Marke geknabbert. Die erste Gegenbewegung war schon wunderbar. Dann noch mal aber, dann haben wir einfach keinen Verkaufsdruck mehr aufgebaut. Angetestet, angetestet. Es war im Grunde Stillstand. Kampf zwischen Bullen und Bären. Dann haben kurzfristig die Bären noch gewonnen. Aber, tja, kein wirklicher Verkaufsdruck. Und wenn man dann in so einer Position ist und endlich bewegt sich der Markt weg, dann zieht man den Stop-Loss schnell auf Break-Even. Und wenn man dann sowas sieht und irgendwie noch in der Position ist, also nur eine Seitwärtsbewegung, dann einfach raus. Denn das ist ja nicht das, was man will, womit man rechnet. Die eigentliche Trading-Idee, die will ja eigentlich, zumindest bei mir, suche ich dann Dynamik. Und wenn das nicht kommt, dann müssen wir aus der Position aussteigen. Alter Widerstand wird zur Unterstützung, nachdem wir das Niveau jetzt überschritten haben. Also Rücksetzer in diesem Bereich, 45,5 bis 46,40. Interessantes Einstiegsniveau. Und wenn wir uns dann von dem nach oben bewegen, dann müssen wir hier im Bereich 48 bis 48,40 ein bisschen aufpassen. Denn hier haben wir auch so ein Niveau, was in der Vergangenheit immer mal wieder angelaufen wurde. Wird es also nach dem Einstieg rums 48 bis 48,40 erreicht, Stop-Loss auf Break-Even nachziehen. Denn hier könnte es dann nochmal zu einem Rücksetzer kommen, der wieder das macht, was wir nicht haben wollen. Also wir wollen natürlich Dynamik sehen und deswegen hier schnell Stop-Nachziehen und auf das erste Kursziel spekulieren. Das haben wir hier so im Bereich 49,80 bis 50 Euro. Mehr brauchen wir gar nicht, um uns ein schönes CRV rauszuholen. Wenn man irgendwo einen Stop-Loss im Bereich 45 setzt und bei 46,40 einsteigt, dann hat man CRV von 2 zu 1 schon im Bereich um 50 Euro erreicht. Gerne natürlich mehr. Nächste markante Hürde ist der Bereich um 53 Euro. Habt ihr vielleicht interessante Charts, die ich hier als mögliche Trading-Ideen vorstellen kann? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, helft mir zu wachsen, damit das Ganze auch ein bisschen Spaß macht. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.